Mein Name ist Heinz Bock, ich bin ein interessierter Bürger. Ich hätte an Sie, Herr Lüch, zwei Fragen. Kann man in einer Volksabstimmung fragen, ob das Land oder aber die Metropolregion Stuttgart, mit der ja so viel geworben wird weltweit, ob die für eine Volksabstimmung entscheiden sollen oder für eine Bürgerbefragung entscheiden sollen? Das wäre die erste Frage. Und die zweite, lässt sich aufgrund der erheblichen Sicherheitsmängel, die das hatten, lebensgefährlichen Folgen für viele Bürger, die dann bei einem Attentat, bei einem Terroranschlag auftreten würden, lässt es sich also erreichen, dass man eine Klage einführt gegen ein öffentliches Bauwerk, das solche Sicherheitsmängel sehenden Auges in Kauf gibt. Das muss man jetzt natürlich noch weiter ausformulieren, aber das wäre meine Frage danach. Hätte so etwas keine Aussicht auf Erfolg? Okay, zur Volksabstimmung habe ich ja schon meine Meinung gesagt. Die Sicherheitsmängel ist ja so, dass viele, dass das Eisenbahnbundesamt aufgrund von mangelnden Brandschutzmeere Bauvorhaben bisher nicht geniebt. Ich finde, das sagt alles aus über die geplanten Projekte. Ich finde es auch absurd und wahnwitzig, den Bahnaufbau zu holen, wo man einen Flughafen, der bis zu 30 Meter unter der Erde ist. Wie sollen sie da hochkommen? Da gibt es ja ein sogenanntes Selbstrettungskonzept, das setzt sich durch, der durchkommt. Und das wäre eine der momentansten Bauwerke der Welt, was es angeblich sein soll. Also ich finde schon, dass überhaupt auch diese ganzen Tunnelbausen sehr, sehr fragwürdig sind. Auch diese Neubaustrecke, ich will ja nicht, als ich das sage, zu dieser Neubaustrecke, aber nur kurz angedeutet. Diese Neubaustrecke, ich weiß, es gibt einige, die hier sehr für die Neubaustrecke sind, aber das ist ja eines der wahnwitzigsten Unterfangenen, die es in der Bahngeschichte gibt. Vom tiefsten Punkt der Strecke baut man an den höchsten Punkt der Strecke in einem Tunnel. Normalerweise, Leute, die alles können aus der Hochdeutsch, die bauen Tunnel, um durchzustecken, neben der Bahn. Ich glaube nicht, dass die Schweizer oft mit seinem Götter an die Spitze gebaut hat, die Leute an die Zeit haben. Die Tunnelbausen und die Neubaustrecke, die sind ja nicht nur so steil, dass keine Güterzüge hochkommen, was jahrelang die Begründung für den Bau dieser Strecke war. Sondern die sind so steil, dass die gängigen und üblichen Sicherheitszüge, einer Stelle in Kornwestheim, gar nicht hochfahren können. Also auch dort wird wahrscheinlich das sogenannte Selbstrettungskonzept in Kraft drehen müssen. Irgendwie bei Kilometer 9, wenn was passiert, können wir gucken, wie sie rauskommen. Ich finde das sehr verantwortungslos, was da gesagt wird. Das war wohl eine halbe Antwort. Also wäre denn jemand bereit, mit dem... Das kann ich doch nicht beantworten, das muss ein Jurist machen. Ja, genau. Wo kann man sich da organisieren? Das gibt die Juristen gegen S21 und ich denke, es kommt noch manches auf den Tisch und manches wird auch noch eingeklagt werden. Aber jetzt ist der Nächste bitte dran. Die CDU hat es auch immer so gemacht, dass sie drei, vier Fragen gesammelt hat. Ich war da längere Jahre Mitglied, deswegen weiß ich das. Das hat sie deswegen, dann hat sie es jetzt auch gesammelt. Das hat sie auf dem Grund gemacht, dass sie dann die unbequemen Fragensteller gar nicht beantwortet hat. Sie sollten das nicht übernehmen. Was ich aber sagen will, ich habe vorhin mit dem Drecks, wie heißt der Kretschmann, das ist der nächste Ministerpräsident geworden. Der hat uns ganz jogal zugewunken vom Landtag, als ob er schon Ministerpräsident wäre. Dann bin ich auf ihn zu und habe ihm gesagt, wir wollen eine Stuttgarter Abstimmung. Sofort hat er die Tür zugemacht und ist weggefahren. Die Frage ist, stimmt es an den Experten, dass es 1995 in Brüssel eine Sitzung der europäischen Hochfinanz gab und der Großindustrie und dass die beschlossen haben, sämtliche europäischen Großstädte mit Magistralen zu verbinden, also mit Städtwaltrassen. Und dass also Stuttgart 21 demzufolge eigentlich eine Anweisung aus Brüssel ist und unsere Politiker praktisch nur diese Anweisung ausführen. Stimmt es, was der Professor Heimer sagt? Er hat mir zweimal gesagt, dass die Tunnels 300 Meter tief unter die Alp gehen. Das wurde in der Schlichtung nicht einmal erwähnt. Die Tunnels haben eine Wege von 66 Kilometern. Stimmt das mit den 300 Metern tief? Also, Frage habe ich keine mehr. Wir können ab sofort gegen die Grünen demonstrieren. Weil die haben uns vorhin verraten und haben einer landesweiten Volksabstimmung zugestimmt. Die wird in der Gruppe stattfinden. Und die werden wir verlieren. Danke. Die nächste, bitte. Ich bin stellvertretende Versammlungsleiterin der Parkwache. Ich wollte Sie um Ihren Rat bitten. Sie wissen sehr viel Bescheid, aber Sie haben wahrscheinlich noch mehr Einblicke als wir. Zum einen, es sprechen so viele Argumente gegen S21, die aber nicht gehört werden. Haben Sie uns Tipps, welche Themen wir aufgreifen sollen, verstärkt bearbeiten sollen, sage ich jetzt mal, auf welche Art und Weise auch immer. Aber welche Themen sind Erfolgsversprechen? Die zweite Frage ist, auf welche Art und Weise sollen wir uns weiter gegen S21 engagieren? Wir sind vielfach vertreten, sichtbarer Widerstand im Park, Bürgerbegehren, Blockaden. Auf sehr viele Art und Weise. Was würden Sie uns raten? Was hatten Sie für Erfolgsversprechen? Auch im Hinblick auf die Medien. Jetzt muss ich Sie, glaube ich, wirklich enttäuschen. Ich bin Journalist und kein Agitator. Und ich bin auch ein Beratungsonkel. Das klingt jetzt zynisch für Fragen des Widerstandes. Ich habe ja vorhin schon gesagt, schauen Sie sich die Geschichte an, für einen wichtigen Projekt in diesem Land. Wie haben die Leute im Vorratsgehen gelernt? Es gibt ganz, ganz tolle Fische, beispielsweise über Wackersdorf, das heißt, glaube ich, Halbwertsein. Da kann man ungeheuer viel lernen, wie die Leute aus der Verzweiflung heraus, eine sehr konservative, noch konservativer als stückwärtssehende Bevölkerung, es gelernt hat, sich zu wehren. Es ist solidarisch geworden. Ich kann nur sagen, man kann, man muss sie lernen, man muss gucken. Und ich kann Ihnen keine Ratschläge geben, gehen Sie diesen Weg oder jeden Weg. Also, wenn Sie sich mal Wiel anrufen, beispielsweise. Wiel, es wurde ein paar Mal genannt, erfolgreich, ein erfolgreicher Widerstand. In Wiel gab es aber eine Bauplatzmessenz. Und ich weiß nicht, ob sowas hier machbar, möglich ist, ob sowas sinnvoll ist, keine Ahnung. Sie müssen selber für sich dringen, über die zu diskutieren. Ich berichte nur, was in der Bahn passiert, was die Bahn plant, was die Politik plant. Aber das sind Fragen, die ich Ihnen wirklich nicht beantworten kann. Das ist eine Frage mit Brüssel, da weiß ich absolut nichts. Gibt es eine Befundung, die über Ihren Artikel im Sternenhaus geht, über die 121 Risiken, von denen Sie heute gesprochen haben, wo kann man da etwas nachlesen. Da müssen Sie auch bei Ihren nächsten Artikel warten. Jetzt bin ich hier. Ich habe eine konkrete Frage zur Abwechslung zu dem Artikel. Und zwar sprechen Sie da, dass es an konkret benannten Risiken von 1,2 Milliarden gibt und das von Fahnexperten, wohl haben oder geschätzt, noch ungefähr 2 Milliarden dazukommen. Ist da meine Rechnung richtig, dass sich diese Risiken, das sind ja 100% Risiken, dass die sich natürlich nicht zu 100% diese 3,2 Milliarden verwirklichen, sondern eben nur ein gewisser Prozentsatz davon. Ist es dann nicht so, dass, wenn man von den 3 Milliarden rausgeht, schon 17,5% Eintrittswahrscheinlichkeit gelügen würden, dass diese 500 Millionen, die jetzt bis zu 4,5 Milliarden fehlen, dass die schon dazukommen würden und das Projekt dann finanziell gesprengt wäre, oder dass diese Rechnung falsch? Ich habe jetzt die Position Ihrer Rechnung nicht wirklich verstanden, aber ich will mal für Sie meine Rechnung aufsuchen. Es werden insgesamt in der Höchstrisikoklasse, die bis zu 99% geben werden, 20 Risiken mit Zahlenmängern, wenn die zusammenzählen, kommen auf 621 Millionen Euro. Also schon ist man dabei über diesen 4,5 Milliarden, die die Schmerzgrenze ist. Das ist intern. Jetzt weiß ich, dass bei diesen Risiken intern noch niedriger gerechnet wurde, als offiziell die Zahlen und Stasen. Es sind zwar in diesen Dossiers schwarz auf weiß Zahlen, aber die Macher denken, dass es noch mehr wird. Also insofern ist es intern offensichtlich klar, dass diese Zahl von 4,5 absoluten Machen Natur ist. Das ist weit, weit über 5 Milliarden hinaus. Und dazu kommt ja noch diese Zahl, die jetzt intern genannt und aufgenessen wurde, das ist ja noch vor der Vergabe von den großen, den wirklich großen Baulärern, den Tunnelbäumen beispielsweise, hinauf zum Flughafen. Und insgesamt wurden mit den etwas kleineren Risiken bis zu 50% Wahrscheinlichkeit, das sind 88 Risiken im Text genannt und 28 mit Zahlen genannt, und auch die kommen dann auf eine Summe von 642 Millionen Euro, was so kommt man an 1,2 Milliarden wahrscheinlich. Vor einigen Monaten war in einem Artikel der Stuttgarter Zeitung zu lesen, dass eine ganze Reihe privater Wiederzugbetreiber Anspruch auf die Strecke erhebt und dass sie Klage gegen die Bahn erheben wollen. Danach habe ich nie mehr was gelesen davon. Das ist ja so, sobald jemand Anspruch erhebt, kann diese Strecke nicht abgebaut oder entwidmet werden. Wissen Sie da was darüber? Da habe ich nämlich gehofft, dass es vielleicht über diesen Weg gestoppt werden kann. Ich glaube ja, so könnte man, also Sie können ja vielleicht gemeinsam eine Eisenbahngesellschaft gründen, ein paar Züge kaufen, ein paar Lokomotiven kaufen und dann sagen, wir möchten von allem nach Stuttgart fahren, wir nutzen diese Lokomotiven. Vielleicht rechtlich prüfen, vielleicht hat der Fahrt nicht abgerissen. Das müssen Sie vielleicht dann beurteilen, ich bin schon vollständig. Mein Name ist Ketra Brixel, ich bin Bürgerin dieser Stadt und Sie haben sehr schön die Rolle der Zeitung, der Medien angesprochen. Ich würde gerne eine Frage zur Rolle der Gerichte stellen. Wir hören ja immer nur, dass K21 angeklagt wird. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch mal eine ganze Menge Klagen gibt in Bezug auf S21. Ich höre nie das Wort Gericht. Das ist so, als ob wir in einem rechtsfreien Raum leben, wo die Gerichte untertauchen und erst dann, wenn S21 unumkehrbar gebaut wird, dann plötzlich tauchen die Gerichte wieder auf und sprechen irgendwelche Urteile, die hinterher doch nicht mehr zu dividieren sind, wie zum Beispiel zum Huchtenjuckenkäfer. Also dieser rechtsfreie Raum, wo sind die Gerichte? Dann, wo ist der Bund der Steuerzahler, der aufs Geld kommt? Und wo ist der Bundesrechnungshof? Wir wollen nämlich nicht hinterher hören, dass alles viel zu teuer ist und alles unbezahlbar, sondern wir wollen feuer, dass der Bund der Steuerzahler bzw. der Bundesrechnungshof arbeitet. Die Frage ist die Rolle der Gerichte. Zur Rolle der Gerichte kann ich eigentlich nichts sagen, da würde ich mich jetzt nicht groß äußern. Der Bundesrechnungshof hat schon ein paar Monate gesagt, dass die Kosten exorbitant sind, dass sie auf den Boden laufen werden. Aber das interessiert mich offensichtlich. Der politische Wille ist ja so groß. Und Sie dürfen nicht unterschätzen, wenn jemand wie die Frau Merkel sagt, Stuttgart 21 muss kommen, sonst ist das Standort Deutschland in Gefahr, sonst ist hier Europa nicht mehr glaubwürdig, Europa ist in der Stadt. Da steht ein ungeheuerer politischer Wille der Wege, ein ungeheuerer politischer Machtwille wird natürlich. Und das ist ein strukturelles Problem hier bei Stuttgart 21. Aber das ist ähnlich wie bei Transrapid. Also verzagen Sie mich, Transrapid hat wohl schon im Kreis rum und der wurde dann doch noch beteiligt. Und Stuttgart wusste sein Großprojekt, den Anschluss vom Flughafen München, wo man so schnell jetzt gibt, könnte viele Geschichten hier erzählen, da wusste er seine Freunde auch beteiligen. Herr Lüth, ich glaube, Sie könnten für die Bewegung eine große Hilfe sein. Und deswegen habe ich eine Bitte. Wäre es nicht möglich, mal über eine Reportage das Thema Stuttgart 21 zu koppeln mit der Energiefrage. Weil ich denke, jetzt nach Japan kann es nicht mehr möglich sein. Und darf es nicht mehr sein, dass wir in die Tiefe gehen. Allein die Tatsache, wie viel Energie braucht der Bau von Stuttgart 21? Wie viel Energie braucht dieser Bahnhof, wenn er mal gebaut ist? Und wir haben ja den dritten Weg, wir haben den Solarbahnhof. Und der ist noch viel zu wenig bekannt, der Kopfbahnhof mit Solardach. Die Energiefrage ist tatsächlich auch in Bezug auf die Bahne extrem wichtige Frage. Ich habe es auch vorhin in meinem Vortrag angedeutet, dass die Bahn vorliegende Projekte, die extrem energieintensiv sind. Und auch der Tiefbahnhof wird extrem viel Energie verschwenden, wird er extrem viel Energie brauchen, wenn Sie nur dran denken, beispielsweise an die Rolltreten und so weiter und so weiter und so weiter. Es ist völlig anders als der Bahnhof oben auf der Erde. Aber auch diese Tunnelbauten, die brauchen ja einen wahnwitzigen Aufwand, diese Tunnelbauten zu machen, dass sie für Stuttgart 21 rund 6 Millionen Tonnen Bauschutt wegtransportiert werden müssen. Das steht in diesem Dossier auf, wenn es mir vorliegt, dass der Abtransport dieses Bauschutts die bestehende Eisenbahninfrastrukturen überfordert wird. und dass das Risiko besteht, wenn ich das definitiv sage, dass das der Gefahr drin besteht. Und dann sagte mir eine Jöko-Expertin, dass der Bau der Neubaustreine so viel Energie verschwendet, dass man jedem Stuttgarter für 20 Jahre einen Taxifahrschein geben könnte, um nach unten zu benackern. Ich bin auch Bürgerin dieser Stadt und ich denke immer, mit Vernunft ist dieses Projekt nicht mehr zu stoppen. Aber ich würde es sehr gut finden, wenn man mal wieder einen Artikel lesen würde zur Finanzierung des Projekts. Und zwar gibt es ein sehr einleuchtendes Video im Internet, im YouTube. Das heißt, wer zahlt es 21? Und da ist mir eigentlich, es ist sehr gut belegt, mit Wellen überall. Und mir selber ist dabei klar geworden, dass eigentlich Stuttgart 21 durchs Land und die Stadt bezahlt wird. Und nicht durch, was weiß ich, Bund und vor allem auch Bahn. Und das wird uns ja immer noch vorgegaukelt, ach, das ist für die Bahn zu teuer. Und ich fände es unheimlich wichtig, weil dadurch auch diese Lüge, muss wirklich so sagen, dass Geld ins Land zurückkommt. Das wir haben ja immer viel bezahlt, und durch das Projekt kommt Geld ins Land zurück. Das scheint mir ein ganz gigantischer Betrug. Und das wäre ja auch für die Volksabstimmung eine ganz wichtige Frage. Meine letzte Vorbereitung, bitte. Mein Name ist Marc Braun. Ich bin bei den Ingenieuren 22 auch aktiv. Und meine Frage geht jetzt mal auf Ihre Kompetenz als Journalist, Herr Luik. Sie kennen ja die Szene, denke ich, die berufliche. Und ich frage mich tatsächlich, wie Sie das sehen, wie sehen Sie das, dass die Journalisten insgesamt keine sachlich-kritischen Fragen stellen. Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Der Herr Kober hat diese Rechnung gemacht, dass die Kalkulation, die im November 2009 von der Bahn rausgegeben wurde, die bei 4,9 Milliarden gelandet ist, dass die bei seiner Ansicht nach bei 4,1 Milliarden aufreduziert werden konnte. Ich habe nirgends gelesen, dass der Herr Grube gefragt wurde oder es wirklich belegt werden sollte, was denn Inhalt dieser Einsparung ist und dass das auch, sagen wir mal, nachgehalten wird. Also es kamen schon Fragen diesbezüglich, es ist nicht ganz richtig, was ich sage. Aber das Thema ist dann wieder raus aus der Presse und dann kommen diese Fragen, ist das Thema sozusagen erledigt. Also ich frage mich, wo ist da auch das Problem? Also das, was politisch gewollt ist, scheint ja auch sich wieder zu spiegeln im Journalismus, dass eben nicht sachlich-kritisch an den Sachen herangeblicken wird. Woran liegt denn das? Ich will jetzt nicht pauschal von den Journalisten reden. Es gibt immer Sotte und Sotte. Und, oh Sotte. Und, aber es ist schon so, wir Journalisten sind auch tendenziell faul. Wir alle. Und das merke ich ja. Und dazu kommt, S21 ist ein dermaßen komplexes Problem, dass es irrsinnig schwierig ist, sich da reinzuarbeiten. Also ich muss nämlich auch richtig reinknien, um die Dinge zu verstehen. Wenn Sie nur allein diese Abkürzungen, diese Bahn benutzen, diese Kürzel, das ist schon eine Geheimsprachheit für sich, das zu dechiffrieren, und es hat keine normale Menschheit darauf Lust. Und es ist anstrengend, die perfekt vorformulierten Statements aus dem Bahntower zu hinterfragen. Sie müssen sehen, das ist ein riesiger Presseapparat, den die Jungs haben bei der Bahn. Die sind wirklich gut. Die bereiten das mit Schatz auf, das sieht toll aus, das ist wirklich wunderbar, das sieht absolut perfekt aus. Und das dann zu hinterfragen, wenn man einen Redaktionstabin hat, einen Schlusstabin hat, das ist schwierig. Und dann kommen wir auch noch dazu, es ist im Journalismus tendenziell unsexy, über Zahlen zu reden und über Probleme. Es ist viel spannender und lustiger, über die Hochzeit in Großbritannien zu schreiben. Das ist auch einfach. Und nicht zu vergessen, wir Leser lesen das auch lieb. Viele von uns. Ich sage jetzt, Herr Löck, ich sage jetzt mal, das ist eine These, die Sie jetzt auch haben. Ja, ich darf immer sagen. Es ist natürlich so, in dem Moment, wo dieser Stil ist möglich. Das ist natürlich das, was in der These, aber meine These basiert auf, würde ich sagen, 28 Jahre Journalismus. Und eine gewisse Erfahrung mit dem Leser, eine gewisse Erfahrung mit mir und mit Kollegen. Und Sie dürfen auch nicht vergessen, was ich am Anfang sagte bei meinem Vortrag, das ist eine Lokalpost. In Hamburg, wo der Spiegel sitzt und die Zeit hockt und der Stern ist, da ist Stuttgart weit weg und zum nächsten Mal war das einfach nur ein Bahnhof. Einfach nur ein Bahnhof, südlich von der Mainland. Bei Schwaben, die haben auch schlecht Fußballspieler. Und es ist nicht ein Thema, wo der Chefredakteur automatisch denkt, ey, das bringen wir jetzt, das steigert die Auflage. Das ist toll, so toll ist es nicht. Und es sind bestimmte Zwänge, die dazu führen, dass bestimmte Themen nach oben kommen, bestimmte Themen nicht thematisieren, bestimmte Probleme nicht in der Frage kommen. Deswegen auch das, was ich sagte für die Debatte, ist einfach auch mühsam. Ich muss es immer auch begründen in der Chefredaktion, und dann mit dem Stern, dass ich mich abseide nach Stuttgart. Aber du willst halt bis nach Stuttgart fahren, damit du geholt kommst. Und das setzt dann auch eine bestimmte Kraft voraus. Ich denke, dass wir schon wissen, lange müssten, wieder kritischer zu sein. Wir dürfen uns nicht einblühen lassen von den Hochglanz-Projekten. Ich habe immer, fast jeder Artikel über Stuttgart 21, vor allem in den Hochglanz-Magazinen, also Spiegel, Stern und Fokus und so weiter, wird jetzt illustriert mit den schönen Bildern von den Animationen des Architekten. Das sieht ja alles großartig aus. Da sieht man sich ja direkt, ja. Das ist natürlich eine subtile, funktionierende Propaganda. Ich sage immer, man macht ja auf der Bildsprache, auf der Bildebene, macht man sich zum Transmissionsregel von den S21-Beführern. Wir müssen auch die Bildsprache hinterfragen, so werden wir auch die restliche Information hinterfragen müssen. Aber das ist halt immer, es ist immer wichtig. Weil jetzt auch die Frage mit der Finanzierung und zum Schluss gekommen sind. Logisch, dass es sich natürlich, diese Finanzierung ist extrem fragwürdig. Ich habe es auch angedeutet, mit wem gehört eigentlich das Gleisgelände? Das ist ein Teil dieser herrwürdigen Finanzierung. Und auch der Rest der Finanzierung ist hoch dubios. Also wenn Sie sich daran erinnern, der ehemalige Ministerpräsident Uettinger hat ja die Bahn, die Regierung in Berlin in gewisser Weise damit bestoffen, mit diesem Extraktgeld von 59 Millionen für Neubausträden. Das ist ja eigentlich, und da könnten wir die juristen anfangen, nachzudenken, das verstößt eigentlich gegen Gesetz, Neubausträden ist nicht Landseite des Landes. Man könnte ja sogar so weitgehend sagen, dass reiche Landbahnen wird über ganze Konventionen erkauft, zulasten von anderen Ländern. Also muss man die Ministerpräsidenten verwendet werden. Genauso geht es ja weiter, man muss auch die Ausstiegskosten hinterfragen. Die Bahn tönt ständig 1,5 Milliarden. Auch da müsste, finde ich, muss man das hinterfragen, stimmt es, oder ist es nur so ein Angstargument, um bestimmte Politiker in eine gewünschte Richtung zu trennen. Vielen Dank. Applaus Ich denke, auch dieser Abend hat wieder dazu beigetragen, dass über 700 Bürgerinnen und Bürger aus Stuttgart und der Region etwas Neues erfahren haben. Und wir hoffen und wünschen, dass Sie doch noch den ein oder anderen Bericht über das Projekt bringen können in Impfstern. Vielleicht wird ja auch mal ein Büchle draus. Ich könnte mir das gut vorstellen, dass er sich auch mal hinsetzt und alles zusammenfasst. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Wir bleiben oben. Und ich darf mich bei Arma Luig mit einem Remstraver aus Stetten, einem Städtener Heder ganz herzlich noch mal bedanken. Aber jetzt wird sie da wie gelassen. Man muss sich beruhigen, sozusagen. Und dann kann man die Wut gekühlt schon mal einen schönen Fisch oder was ähnliches essen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Applaus 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 Bravo! 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 Bravo!